Das ist die ganze Lobby. Mit dem Besten glaube ich. Die Pistole. Ja ich muss hier links rein irgendwo. Nice. Habe einen. Unter mir einer. Ja warte spiel auf Zeit kurz aber. Ja er pusht mich. Ich habe ihn aber. Nice. Ich glaube der ist einfach gelaggt. Busch drinnen unter mir. Oh mein Gott Bien. Einer slow. Ich habe ihn gepusht. Ich sehe gar nichts hier gerade. Drack bei dir? Ich bin echt gut. Ich muss sie reloaden. Boah ich habe keine Ammo. Ab, ab, ab mein. Nice. Aber das Ding ist halt jetzt. Ich muss fielen. Ich muss fielen. Hab ihn. Was? Wir können nach oben zur Crate einfach. Wollen wir einfach zusammen in den Reihen laufen? Ja komm. 20. Halt. Ich kann die Wand nicht nehmen. Hast du Matt? Ich habe hier alles schon gedoppt unten. Nur drei Wände. 20 Goldie. 2. 2. 2. 3. 1. 4. 2. 2. 1. 2. 1. Ich hab keine Ahnung hier, wo der ist. Ab bei mir. Ich mach die Wand auf. Digga, er holt mich halt noch. Mach's gut, ich hiel dich. Golden, aber Dings für dich. Drei, ich weit. Red, hab ihn. Okay, kommst du da hinten? Ja, schaffen wir glaube ich nicht, oder? Der ist jetzt oben. Der ist zwar kackt, der ist zwar kackt, der ist zwar kackt. Wenn du durchziehst, kann ich hier oben auf die Zipline gehen. Digga, was ist das hier? Abfinish. Scheiß auf. Are you ready? Der ist direkt über uns. Ich komm zu dir. Er hört das safe. Oh, er ist tot. Geil, die drinnen. Ja. Ich werde wieder von hinten gesprayt irgendwo. Ich bin weg. Ich bin nicht weg. Ich brauch deine Hilfe, Bro. Ja. Out of Mets. Dead, hab ihn. Nice, komm raus. Komm raus einfach. Mach die Mets. Mach Mets. Max Damage, du Hund. Das sind wieder alle, ne? Pass auf. Unter mir noch. Unter mir noch. Close. Hab ihn noch. Der Mate unter mir. Acht, zwei, das ist der Mate. 40. 40. 40. Weiß nicht. Hat mein Finish, die haben ihn glaube ich. Aber wir können die Holden. Können komplett Holden. Links noch mein neues Team. 50 White. 50 White. Aber ein Knock in der Zone. Bei mir der Solo. Ich schieße auf. Red. Anderer auch noch Zone. Das müsste auch Solo. Hast du ihn? Nein, Mann. Ne, ich bin stuck in den ganzen Bäumen. Ich liege jetzt ein Blick. Ich bin ausgetappt. Ich bin tot. Nein, wir sind nicht tot. Oh, warte. Oh mein Gott, Digga. Kannst du maybe resten. Wenn die es nicht wissen. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Alles gut, 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 alles gut. Über uns. Nein. Charles, mein Fehler. Das ist ja auch. Mann, ich laufe doch einfach auf. Ist das so dumm. Digga, eine Wall. Nicht eine Wall bekommen. Wenn er gleich auf unserer Seite vom Dach ist. Er paddelt. Er ist paddelt. Komm, mach. Ja komm, mach, schießen. 50, 80. Mein Retter ist leer. Du hast mir eine Leere gegeben. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Hä? Die sind über uns. Ich kann ihn pumpen. Willst du? 170. 170. Sonst weit auf den Teufel. Der ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Beiden 170 gegeben. Wenn du Pump schießt nicht und ich lege. Ich hab's gefrochen. Warte, warte, warte. Nice, er ist dead on zone. Gönn den Goldie, gönn den Goldie. Aber du musst zonen dann. Ich job auch nochmal zwei Goldies. Du kannst easy Goldies outheelen. Hier nochmal zwei Goldies. Nimm die mit. Die ganze Metz. Pop dir noch einer. Da liegt Spare. 2. Anlacki. Einer ist tot von denen schon. Ich kann ihn beamen. Ich kann ihn gleich komplett beamen. Oder 40. Land auf ihn, land auf ihm. Ich komm? Ja, land auf ihm. Ich zipp dann rüber einfach. Ja, oder so. Dead. Nice. Haut ab. Oder komm. Der ist auch schon wieder direkt. 100. Lass rein direkt. Ja, komm mal. Dead. Gold in 5. Boah, das war so gut. Keine Wände die ganze Zeit gehalten. Und den Tisch lässt der First Try reinlaufen. 90 White. Oh mein Gott, die sind so kacke. Was lief die? Ja, ja. 30 White. Den kann ich schauen. Wir wollen padden. Da kracht's hier. Bei dem kracht's. Bei Loredana hier unten. Der ist hier unten. Padden. 30. Ich auch. Nice. Nice White. Dead, hab ihn. Ich weiß nicht, weil er ist irgendwie nicht so smart. Nee, gar nicht. Einer riftet, bleib ich jetzt? Ja. Das ist der Solo, glaub ich. 30. Nice, cracked. 30 White. Dead, hab ihn. Nice, wichtig. Schön aus. Reroaden. Ich komm mit Goldie. Komm, die. Reflation. Geh einen links. Geh einen links. Ja, voll. Hier, ganz links. Ich kenn mit Goldie. Über uns. Wir sind in den Inzone fast. Hier ist Hut bei mir gleich. Bei mir haben wir einen Angle, maybe. Hey, kommt hier einer rein. Bei mir. Irgendein Fahrt, ne? Bei uns. Bei uns war mein Aim-Bot. Hey, geh weiter. Ich bin hier. Du gehst durchs Schloss durch. Ja. Ja, ja. Ich komm zu dir gleich. Alleine erstmal. Ist es fein? Ich bin fein, du? Ja, ich komm zu dir. Aber weiß nicht, ob ich es schaffe. Renn einfach hoch irgendwie relativ. Ich bin komplett an der Seite gerade. Ich komm zu dir. Alles easy. Ich weiß, haben wir noch Green Life? Ne, ne? Oder noch? Ne. Fast noch Holz. Ab hinter uns. Ja, ja. Ab hinter uns. Mit Holz bisschen. Mit wenig Hartmess. Über dir. 50. 1. Über uns. Hast du noch einen Golden? Ja, ja, ja. Da um geht's fahren. Da um geht's. Über uns, über uns. Ich bin tot von oben. Kannst du Mads dropen? Kann ich. Du musst da aufpassen. Du musst weg, weg, weg. Hier ist liegt einer. Der kommt hinterher. Einnimm dir. Bau, bau, bau. Digga, aber sind wir die einzigen in der Lobby? Oder was? Das ist ein Duoport, ja. Geht maybe ein Layer hoch oder so. Das ist kein Appetum für sowas. Okay, gut. Das ist gut. Das ist zweitens Pinker Marker. Brauch ich ein. bleib um du hast nur noch holz weg von der zipline gleich ich kann auch nüssen das auf 10 sprayen 10 apil es scheinen unter dir glaube ich habe ich nicht bekommen was ist denn vom Wasser weggeströmt du hast null metz alles so los ich habe keine ahnung wann ich zuletzt so ein late game gespielt habe ich habe so lange nicht mehr late games gespielt ich kann es nicht mehr also bauen ist so kompliziert ich habe tower glaube ich ok dann gehe ich unter dich achte ich weit er hat erste gegen bei mir abhin nice noch einen? ich habe einen mate ja ja nice lass uns die da rein naja lass uns fight uns werden ab wir schießen welche ab lass mal ganz rechts ganz rechts ich muss runter wir verfolgen uns sind die hinter mir? alle schießen nur auf mich alle schießen auf mich dicker ja ja ggs wir sind tot bekommst du wieder die werte? ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht tot komm hoch tot ich kann nix zweier tics zweier tics zweier tics man bist du oben auf die insel nochmal gucken gegangen oder was? nein aber ich bin halt die haben dich doch gebeamt ja das war dumm das war dumm egal egal tschau'l tschau'l